Hallo Leute, in diesem Video zeige ich euch 10 nützliche Apps, mit denen sich die Mac-Nutzung im Alltag noch praktischer gestalten lässt. Vorweg sollte ich noch erwähnen, dass zwischen mir und den Entwicklern dieser Apps keine Kooperation besteht und ich auch nicht dafür bezahlt werde, diese Apps hier zu zeigen. Es ist meine ganz persönliche Auswahl. Viele von euch kennen das sicher, man kopiert einen Text von einer Website oder aus einer Mail raus, fügt es dann irgendwo ein, doch das Format wird dann mitgenommen und Teile sind dann vielleicht fett, kursiv, unterstrichen, in irgendwelchen Farben, Links stecken hinter Wörtern und ich muss dann selber das Ganze nochmal extra anpassen. Läuft aber die App PurePaste im Hintergrund, wird beim Kopieren eines Textes das Format sozusagen automatisch bereinigt. Ich wiederhole jetzt also das, was ich gerade gemacht habe. Ich markiere einen Text, drücke Command-C, füge ihn mit Command-V ein und wir sehen, das Ganze wurde jetzt eben in einer bereinigten Form hier eingefügt. Will man das mal nicht, kann man über die Menüleiste das hier oben auch jederzeit deaktivieren. In den Einstellungen der App lassen sich auch gewisse Anpassungen vornehmen. Man kann festlegen, ob bestimmte Apps ausgenommen werden sollen oder ob bestimmte Dinge auch erhalten bleiben sollen. Vielleicht möchte ich gar nicht, dass Links hinter Wörtern entfernt werden. Dann kann ich das hier auch in den Einstellungen deaktivieren. In gewissen Situationen ganz praktisch finde ich auch die App Amphetamine. Ganz einfach gesagt sorgt die App dafür, dass der Mac wach bleibt, dass sich sowohl Display als auch Laufwerke in der festgelegten Zeit nicht automatisch deaktivieren. Über die Menüleiste lässt sich das dann aktivieren. Entweder unbegrenzt oder nach Minuten, Stunden, von, bis, während eine gewisse App läuft oder während eine Datei runtergeladen wird. Also ihr seht, die App bietet für diesen Zweck durchaus passende verschiedene Möglichkeiten und in den Einstellungen der App wiederum lässt sich auch vieles anpassen. Zwar kann man ja auch in den Mac-Einstellungen festlegen, dass der Mac für eine gewisse Zeit wach bleiben soll, nicht in den Ruhezustand versetzt werden soll und so weiter. Aber erstens befindet sich das in den Systemeinstellungen und nicht direkt in der Menüleiste. Und zweitens gilt das ja dann immer systemweit, so lange, bis ich es manuell wieder zurückgestellt habe. Die App erlaubt es einem, das aber nur in Momenten, wo man es wirklich braucht einzustellen. Vielleicht nur während einer gewissen Tätigkeit, während da gerade eine gewisse Sache passiert. Und danach dann wieder nicht mehr. Also es gibt durchaus Momente und Szenarien, wo ich das ganz praktisch finde. Und ihr seht, ist das aktiv, lassen sich dann wiederum direkt Anpassungen vornehmen. Zum Beispiel, dass das MacBook auch nicht in den Ruhezustand geht, wenn es zugeklappt wird. Bis zu einem gewissen Grad kann Apples QuickTime Player bereits ausreichen. Doch geht es darüber hinaus, muss man vielleicht auf andere Programme wie den VLC Media Player oder INA zurückgreifen. INA gefällt mir persönlich dabei am besten, da es grundsätzlich mal sehr gut an Mac OS angepasst ist und auch nativ über Apples Silicon läuft. Und darüber hinaus bietet die App in den Einstellungen auch durchaus einige Anpassungsmöglichkeiten. Im Vergleich zu Apples QuickTime Player unterstützt INA, so ähnlich wie auch der VLC Media Player zum Beispiel, sehr viele andere Formate. Das heißt, wenn der QuickTime Player mal etwas nicht öffnen kann, dann stehen die Chancen gut, dass es mit dieser App hier klappt. Nachdem die App hier gratis ist, kann man es ja einfach mal ausprobieren. Ich persönlich jedenfalls bin bis jetzt damit zufrieden. Als nächstes möchte ich euch die App CopyClip zeigen. Während die erste Version der App gratis ist, kostet die inzwischen neuere zweite Version der App 9 Euro einmalig. Darauf möchte ich euch nur hinweisen, mir persönlich reicht aber ehrlich gesagt die kostenlose erste Generation auch aus, da sie ganz einfach auch ihren Zweck erfüllt. Was macht die App jetzt aber? Sie läuft im Hintergrund, befindet sich währenddessen hier oben in der Menüleiste und merkt sich ganz einfach gesagt alles, was ihr kopiert. Wie wir es hier kennen, ist es ja so, dass wenn ich etwas kopiere, das zuvor kopierte, dass das, was ich zuvor in der Zwischenablage befand, einfach überschrieben wird. Im System ist das natürlich nach wie vor noch der Fall. Aber die App merkt sich hier eben alles, was ich kopiert habe, direkt in dieser Reihenfolge. Und ich kann dann was auch immer, ich will hier anklicken und woanders einfügen. Ihr seht also, ich habe jetzt das hier kopiert, das wurde natürlich auch gespeichert, befindet sich aber sowieso auch noch in der Zwischenablage. Das heißt, ich kann es jetzt hier einfügen. Will ich aber auf etwas anderes Vergangenes zurückgreifen, klicke ich es hier einfach an, schon ist es in der Zwischenablage, wurde also kopiert und ich kann es hier einfügen. Das kann, finde ich, in einigen Situationen durchaus praktisch sein und wenn ich möchte, kann ich auch jederzeit den Verlauf hier löschen, beziehungsweise in den Einstellungen kann ich auch festlegen, wie viele Einträge immer gespeichert werden sollen. Genauso kann ich dann übrigens auch gewisse Apps ausnehmen, also festlegen, in welchen Apps sich CopyClip keine Inhalte merken soll. Über die App Hotkey kann ich ganz einfach meine eigenen Tastatur-Shortcuts für Apps, Ordner oder Dateien erstellen. Natürlich gibt es auch andere Apps, die so etwas können oder Apps wie BetterTouchTool, die nicht nur das, sondern auch vieles mehr können. Aber diese App fokussiert sich voll darauf, macht es, finde ich, gut und ist auch gratis. Über dieses Plus füge ich jetzt also etwas in meine Liste hinzu, kann da jetzt aus dem Finder etwas auswählen, zum Beispiel eine App, drücke anschließend die Tastenkombination, die ich festlegen möchte und das war's dann auch schon. Aber wie gesagt, es muss ja keine App sein, ich könnte auch einen Ordner wählen oder eine bestimmte Datei. Zum Beispiel soll sich dieses Classroom-Projekt öffnen, wenn die von mir festgelegte Tastenkombination gedrückt wird. Ausführen kann ich das Ganze dann auch über die Menüleiste, wenn ich es hier oben anklicke. Aber noch praktischer ist es natürlich mit der von mir festgelegten Tastenkombination. Ihr seht also, auf die Art und Weise kann ich dann sehr schnell das aufrufen, was dahinter steckt, was ich eben hier festgelegt habe. Und das kann sich dann bei der Nutzung natürlich als durchaus praktischer weisen. Als nächstes möchte ich euch die App Rectangle zeigen. Die App läuft grundsätzlich im Hintergrund, ich kann sie über die Menüleiste hier oben aufrufen, aber was macht die App eigentlich? So ähnlich wie wir es von Windows kennen, kann ich Fenster dann einfach so auf die Seite ziehen und sie werden dann in irgendeiner Form platziert. Ziehe ich die Fenster wieder weg, sollten sie dann wieder in ihre Ursprungsgröße zurückkehren. Und wie ihr sehen könnt, je nachdem wo ich ein Fenster dann hinziehe, dementsprechend nimmt das Fenster dann eine gewisse Form an. In den Einstellungen der App kann ich dann übrigens auch Shortcuts für diese Funktionen herstellen und kann auch individuell anpassen, was genau passieren soll, wenn ich ein Fenster an eine bestimmte Stelle ziehe. Dann komme ich als nächstes zur App Aldente. Bezüglich der Akkupflege oder bezüglich eines schonenden Umgangs mit dem Akku gibt es ja diese allgemeine Empfehlung, den Akku, wenn es nicht anders gebraucht wird, nicht über 90 oder im Optimalfall sogar 80% zu laden. Mit der Funktion optimiertes Laden der Batterie bietet Apple dazu passend auch eine eigene Funktion an, die ganz automatisch und intelligent funktionieren soll. Doch mit Aldente, das ich dann hier oben über die Menüleiste aufrufe, kann ich dann ganz einfach selber darüber entscheiden und eben manuell ein Ladelimit setzen. Wer von euch ganz bewusst darauf achten möchte, dem kann ich die App nur empfehlen. Bereits die Gratisversion mit dieser Grundfunktion könnte einem ja schon ausreichen, wer aber noch diverse andere Funktionen freischalten möchte, der bekommt das dann mit der kostenpflichtigen Pro-Version. Die App AppCleaner nutze ich schon seit einer sehr langen Zeit sehr gerne am Mac. Möchte ich nämlich mal ein Programm vom Mac entfernen, dann sucht die App für mich auch, vom ausgewählten Programm, diverse zusätzliche Ordner und Dateien, die im System angelegt wurden und hilft mir dabei dann einfach nicht nur die App selber, sondern auch sozusagen das, was rundherum dazugekommen ist, insgesamt gründlicher zu entfernen. Nachdem ich das hier in der App gemacht habe, muss ich danach wie gewohnt einfach nur den Papierkorb entleeren. ZIP-Dateien kann der Mac ja problemlos selber öffnen, aber es gibt viele Archive, die der Mac nicht unterstützt und nicht selber öffnen kann. Dafür ist die App der Unarchival für mich schon seit einer sehr langen Zeit optimal geeignet. Es werden hier sehr viele verschiedene Archive bzw. Typen unterstützt. Möchte ich jetzt so eine Datei hier öffnen bzw. entpacken, mache ich einfach nur einen Sekundärklick auf die Datei und wähle dann über Öffnen mit eben diese App hier aus. Und zum Schluss, Smart Converter ist eine ganz praktische App, um schnell und einfach Videos zu konvertieren. Dazu muss ich lediglich das Video einfach hier reinziehen und anschließend wählen, in was es konvertiert werden soll. Ich kann hier auch gewisse Geräte auswählen und das dazu passende Format wird dann automatisch gewählt. Ich habe auch gewisse andere Formate hier, wie ihr seht, kann theoretisch auch nur den Ton extrahieren, das Ganze also in eine Audiodatei konvertieren. Aber in diesem Fall soll dann einfach eine WMV-Datei daraus werden. Hat man dann auf Konvertieren gedrückt, dauert das dann natürlich je nach Performance des Macs. Und ist das dann fertig, kann ich mir direkt über diesen Button hier auch die konvertierte Datei anzeigen lassen. Und damit sind wir dann auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich konnte dem ein oder anderen auch eine interessante neue App zeigen. Schreibt aber auch gerne in die Kommentare, welche Apps ihr so gerne am Mac nutzt und als praktisch empfindet. Und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, aber an weiteren Videos, wenn ihr dranbleiben wollt, dann abonniert gerne meinen Kanal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.